Ah, ihr seid ja schon da! Ja, willkommen! Die Freunde der Architekt hat mir einen besonders nachhaltigen Bauwagen hier aufs Campusgelände in Lüneburg gestellt. Das war auch was Schönes. Ich fühle mich auch in der Stadt so sehr ruhig. Ich war heute in einem Salzmuseum, ganz berühmt. Hier, im Salzkristall. Schön, ne? Die Form, die Farbe, wie das Licht sich darin bricht. Ich frage mich, ein solcher Kristall, nur hundertmal größer, auf dem ganzen Unicampus verteilt, wie würde das sein? Wenn ich mir überlege, was man mit so großen Kristallen alles machen könnte. Man könnte zum Beispiel auf ihnen sitzen. Oder man könnte darauf arbeiten. Oder man könnte sich einfach mal zurückziehen. Und nachts könnten sie zum Beispiel zur Beleuchtung genutzt werden. Also, wie gefällt die Idee? Der Campus hätte plötzlich viel mehr Atmosphäre. Also, sollte man mal drüber nachdenken. Gut, meine Lieben, ich und mein Drahtwiesel, wir verbringen jetzt noch die letzten schönen Sonnenstrahlen miteinander. Wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss, meine Lieben! Tschüss, meine Lieben! Untertitelung des ZDF, 2020